Wir müssen so nach oben gucken und dann sehen wir die Bubbles. Bestimmt wenn ich da reingebe ich erstmal tot, instant. Ah schnell, 2-3 mal noch so. 250 ist das Maxima, wenn der crittert. Ich bin jetzt gerade die Frage, wenn ich den Scheiß auf Sensorhöhe... ...kacke, da war die fette Made. Gucken ob es gleich ein bisschen mehr Schaden ausgibt. Mann, Babbel. Babbel hier nicht so viel rum. Ich muss das Wurmschwänzchen treffen und 205 ist... Kommt ein anderen Crit raus. Ah da, 50 Schaden mehr schon. Schon ganz gut. Ein bisschen nach oben gucken, wo die Babbels runterkommen. Na komm, komm 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 komm. Gib mir ein Wurmschwänzchen. Mach jetzt schon mehr Schaden. Da hinten ist es. Und... Komm, schöne 2... Da sind's. Schön die Kritze raushauen hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch mehr Kritze. So, wir könnten ihn viel viel schneller besiegen. Oh schön, über die Hälfte... Locker die Hälfte weg. Zweimal noch. Müssten wir noch. Ah, so kann man Screenshots machen. Er zählt ja immer den Sound. Der ist irrerlich. Bumm Schwänzchen. Piep. Ein paar Screenshots machen immer so zum Fighten. Das ist gar nicht mal schlecht. Komm, einmal noch. Dann bist du platt. Aber ich hab ihn verstanden. Oh, 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 oh. Komm schon. Herr Rauf, hier rum zu babbeln. Da ist es nicht. Da ist es. Oh, du Sack. Ich krieg dich. Komm schon, 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 komm schon. Einmal noch. Zweimal. Nein! Gibt's doch nicht. Dann ist es. Zack. Mach keine Fehler und geh sterben. Voll. Boop. Sieg. Boah. Erfahrungspunkte. Rezepfe. Giftregen. Arkanerspiegel. Kupferschläge. Giftregen. Schrift der Heilung. Palmenbucht. Palmenbucht. Ist doch schon mal ganz geil. Palmenbucht, da kriegen wir glaube ich auch unsere Palmenblätter für den Leinenstoffwinter. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Besucht. Yay. Neues Gebiet. Ah, hier sind wir jetzt. Alles klar. Gut, hier unten wird's ja auch weiter gehen. Da. Geht's noch weiter. Eventuell ja dann von dem aus, ne. Ich frag mich dann. Palmenblatt, genau. Wo ich dann halt hinterher bin. Seht keiner. Da. Dann würde ich einmal ins Craftingmenü. Leinenstoff. Da brauche ich Werkbank, genau. Da brauche ich dieses Ding. Und dann brauche ich ja für den Altar die hochwertige Magierüstung. Da brauche ich jetzt schon zwei, vier, zwei, vier, acht, zwölf, sechzehn Stück. Und da brauche ich dann halt sechzehn mal sechzehn. Boah. Sechzig. Sechzen neunzig Stück. Sechzen neunzig Stück. Wow. Da muss ich noch vieles sammeln. Und ich hab auch keinen Platz mehr dann dafür. Ah du Affe, ne. Was ist mit euch denn los? Weg. Ich will doch nicht. Was sind denn das für krasse Teile ey? Bestimmt ne Schuppe ja auch. Magiersaure ey. Ihr habt doch nen Lappenschuss. Echt. Ja. Hallo ihr Spaste. Die gibt auf jeden Fall noch paar Dinger davon. Was ist das für ne riesen fette Schülkröte? Wie ist das? Limone Krustor. Also Bock gegen dich nicht kämpfen hab ich gerade nicht. Das weißt du ne. Oh du hast doch nen Arschoff oder? und schutzschild hat geprockt ich kite dich jetzt einfach um die insel ich will wissen was du dobst tränke 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 und ein rüstungsfläschchen das rucksack ist voll was brauchen wir denn überhaupt nicht tschüss ach kartoffeln das können wir auch wegschmeißen hier nehmen wir noch ein bisschen holz mehr mit dann kann ich meine hütte bauen da waren wir solche stege ne mein gott geh mir nicht auf den keks oh hunderter crit und tschüss mit dir muss ich da gleich mal ne axt bauen und so'n scheiß klopf 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 na palmenblätter brauche ich ist schon irgendwas wieder voll ach palmenblätter ja hier weg ich will das dann fertig man dann nehmen wir da ist jetzt alles mit hier noch palmenblättschel wir fehlen eh nicht mehr jetzt schon die ersten 50 zusammen das kommt gleich auch noch 19 ich müsste noch ein stack also zwei volle stacks müsste ich kriegen sind hier gestorben Baumwolle heilung das war ich denn gar nicht ach guck mal leinen stoff das ist doch schon ganz gut hallo plaudern bisschen wanderer plaudern da bin ich ein was erwartest du von mir ich kann eine schrauben ich glaube nicht ein wanderer einheimischer los mit dir oh erscheint es ist holz fertig kann ich denn nicht die blöcke kreft den holzblock da 1 zu 1 werkbank veredelter holzblock schmelzofen ist uninteressant altar ist auch interessant ja dann sagen wir mal die palmen will noch so drüber 3 ah gut ich hab jetzt schon dit und ich würde sagen ab in die heimat rück zum landeplatz zur heimatinsel reisen finkenfort stufe 3 ah ist das tor von was ich dahin gesiedelt habe auch ein bisschen banane ist sag ich mal ja zack hab ich eh nix von hier ist der magierstab hier ist holz da da hier haben wir blöcke die ich nicht brauche steinblock kupferblock hier haben wir so fressintensilien und gucken ob ich noch irgendwas da rein kriege passt nicht passt nicht passt noch passt auch nicht mehr dann kommt der rest einfach hier rein zack 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 hier will ich dann die ganzen edelsteine und den ganzen Mist reinpacken hier frage wo sollen die zutaten denn auch hier rein die müssen auch schon irgendwo drin sein ach hier sind sie ich wollte es doch gesagt haben Wasser dün 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 wir haben noch einen Platz hätten wir frei aber die Knochen die Schuppen kommen auf jeden Fall die Schuppen kommen da rein Platz 2 dann kann hier noch der Pilz rein ne der Pilz rein den Rest muss ich dann irgendwo anders hin verfrachen oh ist der Pilz immer noch hier drin ne Feuergeist so ne scheiß Ding ist auch noch hier also dit 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 sonst hier ist voll schwache alter kleinen Stoff nein 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 ab an die Werkbank kleinen Stoff voll machen einmal der ist am rattern aber auch schon wieder fertig hab ich gehört dit ne wo sind denn die ganzen Smaragde hingekommen ach die hab ich noch im Inventar ok das ist auch schon wieder gewachsen der Scheiß dankeschön jetzt brauchen wir für die Rüstung für die Rüstung brauchen wir die Beutel das dauert natürlich lange hier erstmal magischer Umhang so das kriegen wir hin die Rüstung das dauert halt noch ein bisschen Altar oh ja ok Eisenbahren brauchen wir dafür und den brauchen wir auch Eisenbahren und hier brauchen wir Basaltsteine hm Eisen Leinenstoff nö kaputte Werkbank kann man dann aufrüsten können wir dann immer so weitermachen alles klar oh her damit aber der Rest geht jetzt schnell zack die letzte bitte auch noch und dann sollte es fast gewesen sein dass wir jetzt nur noch herstellen müssen herstellen müssen herstellen müssen ich glaub wenn wir die Rüstung haben dann ist es auf jeden Fall schon ein bisschen krasser nice Rüstung fertig ich brauche ich den denn nicht Gott sagen und als Kosmetik ich finde die blau ein bisschen die hat schon ein bisschen mehr aber dafür haben wir ja die Rüstung die hat jetzt schon 200 und Schadensreduktion also nice wie sieht denn das blaue eigentlich aus dann ach es geht eigentlich relativ ja schon in Ordnung gut aber ich würde sagen wenn euch die Folge gefallen hat oder die ganzen Folgen wenn ich jetzt einen ganz großen Kart mache ähm ich baue mein Haus vielleicht auf der einen Insel ich weiß es noch nicht ganz weil es ja eigentlich ganz schön aussah und wir es ja nicht so weit haben dann ähm ich würde sagen wenn es euch gefallen hat sehen wir bis zum nächsten Mal und euer Fäscherde sagt tschau tschau viel Spaß mit Portal Knights ZD th www Vielen Dank.